Hi und herzlich willkommen zu Deutschlands ersten Fitnesskochschule. Heute zeige ich dir eine weitere Frühstücksvariation, die einfach zuzubereiten ist und mit ausreichend und guten Nährstoffen versehen ist. Für das Rührei-Hähnchen-Omelette mit Vollkornreis brauchst du folgende Zutaten. Der Reis ist fertig und jetzt können wir mit dem Omelette starten. Ihr stellt die Pfanne auf den Herd, schaltet ein und nehmt ein bisschen Rapsöl, einen Schuss und lasst das Rapsöl heiß werden. Den könnt ihr dann in die Pfanne geben und wenn es dann schon so leicht knistert, dann ist es genau das richtige Zeichen. Wir wollen nichts verschwenden, also hole ich noch einen kleinen Löffel und packe natürlich die letzten 10 Gramm, die da kleben geblieben sind, auch noch mit rein, sodass sie wieder auf die 150 Gramm kommen. Eure Putenbrust, die faltet ihr zusammen zu einem kleinen Berg und schneidet diese in Würfel oder Streifen. Zu guter Letzt kommen die massiven 6-Eier-Eiweißträger. Ganz wichtig ist hierbei zu sagen, dass ihr 5 Eier ohne Eilgelb nehmt und 1 mit. Ihr könnt natürlich auch die Eiermenge reduzieren auf 3 Eier, dann habt ihr einfach in der Summe weniger Eiweiß, aber so wie ihr euch das gerne zusammenstellt. Jut! Jetzt ist der wichtigste Zeitpunkt zum Würzen, das heißt, jetzt könnt ihr abschmecken mit Salz, Pfeffer, weil der Vollkornreis, wenn ihr den nicht gesalzen habt beim Kochen, dann solltet ihr jetzt ordentlich Salz reinmachen, aber lieber nicht zu viel, erstmal ein bisschen abschmecken, sodass das Ganze dann ein bisschen Geschmack auch noch bekommt. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Kräuter reinmachen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich habe da immer diese Tiefkühlkräuter direkt aus der Gefriere und streue die dann über das Omelett drüber. Schaut euch mal an, wie lecker das aussieht. Fertig ist das Frühstück. Viel Zeit hat es nicht gekostet. Ist auf jeden Fall sehr gut ausgestattet mit komplexen Kohlenhydraten. Dem Reis, dem Vollkornreis, natürlich viel Eiweiß, den Eiern, den Eiweiß und vor allem die Hähnchenbrust. Ich wünsche dir guten Appetit!